In gut vier Stunden geht es dann richtig los. Das TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD und ihrer Herausforderin Julia Klöckner von der CDU. Das erste große Highlight im Endspurt des Landtagswahlkampfes. Für einen Chefredakteur ist Wahlberichterstattung, ist so ein Duell, ungefähr vergleichbar mit der Fasnacht für den Fasnachter. Also für uns sind das jetzt ganz tolle Zeiten. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden Damen mit dieser für sie nicht ganz einfachen Situation umgehen. Ab 20.15 Uhr werden sich die beiden Kontrahentinnen eine Stunde lang den Fragen von Moderator Fritz freistellen. Alles läuft nach genauen Regeln ab. So gibt es ein Zeitkonto für die Duellantinnen, das im besten Fall am Ende ausgeglichen sein soll.